Jogi, ich guck mich um. Wir sind hier irgendwo in den Röhnen, was versteckt. Hier steht ein freaking riesiger Kühlschrank und ich check ihn nicht. Lass mich raus! Ich will hier raus! Oh Gott, Freunde, die lassen mich hier nicht raus. Ich bin hier immer noch gefangen in my friendly neighborhood. Ja, so friendly ist es hier nicht. Das ist eine Verarsche. Die wollen uns hier an den Kragen oder sogar noch mehr. Also sollten wir auf jeden Fall aufpassen, wenn wir uns hier weiter umschauen. Im Studio. Ja, wir sind jetzt hier im Office, besser gesagt. Genau. Bereich 3. Und wir wurden entdeckt. Nee, sag einfach nur so, hello. Okay. Hey, der. Hi. Das geht noch nicht. Das geht schon. Das Spielbrett! Nee, nur die Figur. Ja, perfekt. Jetzt können wir das Spiel mit dem Dude spielen, der den Schlüssel hat. Also den Schlüssel. Geil. Komm endlich weiter. Boah, das ist richtig nice. Warte mal, kann ich hier lang? Nee, kann ich sowieso nicht. Oh, eine Lüte öfters. Oh, eine Lüte öfters. Oh, Drehbuch. Okay. Könnt ihr euch ja durchlesen, wenn ihr wollt. Ist noch ein bisschen Moni, die habe ich Dreh genötigt, wie ihr sehen könnt. Okay, das ist gut. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück, wo der Dude saß und spielen das Spiel mit ihm. Ich hoffe, ich kriege das hin, das Spiel. Sonst verlieren wir und vielleicht klappt es uns an oder so. Keine Ahnung, was da macht. Hi. Kannst bitte abhauen. Blöpp. Mein letztes Klebeband. Ich mache es, weil ich weiß, wir werden auch mindestens einmal da hin und her gehen und ich will nicht immer meine Moni verschwenden. Ich habe halt so wenig, ne? Muss ich euch auch immer alle angreifen? Oh Mann, das wird zuhören. Yo. Okay, die muss ich immer abschießen. Und die kann ja auch nicht... Oh, die kann mich festkleben. Aber es sind so viel, das lohnt sich nicht. Muss ich jedes Mal mal dran Moni verschwenden, hier lang zu gehen, sonst sterbe ich. Oh Mann. Ja, hier ist der Dude. Da, das ist der Dude. Ähm, heil mich. Benutzen. Gesund. Okay. Sehr gut. Ich hoffe, ich benutze die Heilung nicht immer zu früh. Das war ich jetzt echt schee gar nicht. Äh, ja, legt man hier alles ab. Nicht benutzen, abbrechen, bewegen. Bewegt deinen VNR, hierher. Zack. Okay, sieht besser aus. Kumpel. Blub. Meine Spielfigur. Wir fangen an. Wir kriegen 1, 2, 2, 3, 2. Okay. 2, wir starten. Immediately play the top card of the deck. Äh, drumherum erstmal. Warte, was macht 3. 3 ist Peace. Okay, machen wir 3. 1, 2. Ah, nee, das ist auch noch ein Feld. Immediately play the top card of your deck. Was war denn das? Muss ich jetzt ziehen, oder was? Kann ich mich jetzt bewegen? Ich habe eine 1 gemacht. Äh, du kannst nur 1 spielen. Also auf jeden Fall würde ich nicht landen. Machen wir erstmal eine 1. Hey, du kannst das nicht tun. Ah, oh, je. Ich glaube, ich muss die Regeln folgen. Oh, ich hätte ziehen müssen. Der killt mich sonst. Okay. Okay. Aber ich muss jetzt ernsthaft spielen. Draw a card. Bei Norman. Gehen wir auf Norman zu. Mhm. Bumm, bumm. Äh, nochmal eine 2? Mhm. Lass mich mal bei mir. 2. Und dann eine 1. Dann noch eine 1. Okay. 1. So. Äh, door card. Door card. Okay. Auf X bin ich tot. Also 1. Mhm. Ich hoffe, wir können das sehen. Ja, könnte. Er hält den Schlüssel hier in der Hand. Äh, 2 auf jeden Fall. Ja. Mach du mal. Shit. Okay. Das muss ich langsam spielen. 1. Ich habe nur noch 1. Ich habe nichts mehr. Habe ich verloren? Ziehen. Ah, verstehe. Was ist, 3? Nee, ziehen lieber. Ich brauche was anderes. Ich meine, ich bin jetzt hier? Wieso bin ich jetzt hier? 3. Da wackelt meine Figur, glaube ich. Ich habe es. Gewonnen. Gewonnen? Ja. Oh mein Gott. Wir haben gewonnen, Freunde. Wir haben den Schlüssel. Finally. Den Schlüssel. Also jetzt können wir alles machen eigentlich. Basically. Wir können jetzt literally fast überall hin. Wow. Die rote Raute heißt sie. Da stand der jetzt. Untersuchen. Ja, rote Raute. Das ist der vorletzte Schlüssel, glaube ich. Im Spiel. Das geht mir noch einen anderen. Was untersuchen? Muss ich ja was reintun. Ich habe nichts. Ach, hier muss ich was reintun. Ich habe keinen Rad. Hier ist ein Rad. Ich habe keinen Platz mehr. Ernsthaft jetzt. Wir haben hier Masken. Die sind aber so riesig, man. So dumm. Ich muss noch mal einen Safe Place finden. Hier ist auch noch nichts drin. Hier ist auch noch nichts drin. Okay. Safe Spot. Wo war der nochmal? Ich muss... Hier lang? Zu großen Raum? Ja. Von ihr aus... Gehe ich... Unten geradeaus? Wenn der Riese nicht da ist? Der ist da? Verdammt. Schlecht. Okay, schade. Natürlich schluckt er nicht. Wenn mich jetzt erwischt hätte, wäre ich gestorben. Arsch. Hört ihr das? Er ist hier nicht alleine. Hey. Verfolgt mich. Danke. Hier sind noch mehr Leute. Oh no. Die sind aber da unten. Da muss ich noch nicht lang. Okay. Also hier war der Safe Point. Ah, genau. Einen muss ich abschließen, um hier durchzukommen. Den kann ich ignorieren. Ah, die Börse ist immer lustig in diesem Spiel. Ist immer lustig. Hier war der Safe Room. Bin ich mir ziemlich sicher. Yes. Gott sei Dank. Ja, geh mich mal. Zack. Dankeschön. Nehmen wir direkt den Cent mit zum Speichern. Das ist wichtig. Die Masten tun wir jetzt mal weg. Ich habe jetzt keinen Bock. Okay, ich erspare euch das. Wir sehen uns gleich wieder drüben. Okay, ich weiß jetzt leider nicht mehr von wo ich kam. Deshalb muss ich mich ja ein bisschen herumfuchsen. Aber wir haben aber gesehen. Wo wir theoretisch lang könnten. Geh mal hier lang. Aber das war eine gute Entscheidung. Der sieht mich nicht. Der sieht mich nicht. Der sieht mich nicht. Perfekt. Okay. Ist der der große böse Wolf? Ne, ist kein Wolf. Ist ein Pifras. Ist ein Lodia. Genau da hinten, wo die anderen Dudes gerade sind. Äh, hier. Die Tür können wir jetzt accessen. Ich weiß, ob wir da als erstes hinwollen. Ansonsten, wo waren wir dann vorhin? Hier? Wow, wird das denn hin? Zu dem anderen Raum noch. Das ist immer wieder sehr viel zu erkunden. Warte, hab ich zufällig noch Tape? Ich hab kein Tape. Vielleicht möchte ich da noch nicht hin. Geh vielleicht erstmal nach oben. Ja, doch. Dann gehen wir erstmal nach oben, glaube ich. Wo gehen wir lang? Ja, war immer die falsche Tassen. Nein, stopp. Wo waren wir? Hier? Oder wo war das jetzt? Können da lang? Ich guck mich um. Okay, das hier ist der Raum. Okay. Gut zu wissen. Ja, doch. Von hier war, kamen wir doch, ne? Hier war doch das mit diesen Filmtheater. Richtig? Ja. Hier haben wir scheinbar alles, aber das kann nicht wirklich stimmen, weil... Es gibt hier ja noch so einen Film, den wir mitnehmen können. Das ist schon ziemlich groß. Eine antike Filmrolle sieht aus, als würde sie nicht mehr richtig funktionieren. Echt jetzt? Die brauche ich nur zum Mitnehmen? Das hat nicht funktioniert. Ich hasse das in diesem Spiel. Ich hasse das wirklich. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Vielleicht brauchen wir noch zwei weitere Filmrollen, die wir hier reintun müssen. Das kann sein, wenn alle drin sind. Wisst ihr, was ich meine? Das kann sein. Das wird es wahrscheinlich sein. Okay, hier können wir aufschließen und rein. Wo sind wir? Wo sind wir? Ah. Ich weiß noch, wo wir sind. Ach man, ich will mich doch nur für den Land schleichen. Um ein bisschen extra Damage zu machen. Naja. Ich hab kein Tape. Kein Tape. Da müssen wir lang. Hier ist die Tür. Guck mich bitte an. Geh ich mal es anders. Guck mich an. Danke. Ich losch durch. Wow. Okay. Eine Maske. Schön. Yippee. Hotel. Alter. Ich bin, glaube ich, fast tot, oder? Geh mich mal. Warte. Sollte ich mich hier? Weil ich im Wohnen eine Healing Station. Ich weiß, wenn wir jetzt hier lang gehen, die Tür können wir jetzt öffnen. Wenn wir da lang gehen, ist hier eine Healing Station. Da will ich auf jeden Fall als nächstes hingehen. Andererseits habe ich trotzdem ein bisschen Angst. Deshalb, sorry. Aber. Ich bin gerade ein Skatecat. So. Perfekt. Nehmen wir dich auch noch mit. Bip, bip. Ist noch was anderes drin? Moni. Film Reel. Er wird sich mitnehmen. Weil ich das ja wirklich nichts mehr. Akten. Ne, geht alles nicht. Noch was tippen? Noch was tippen? Ja, das ist nicht. War es nicht schon genug in der ersten Folge? Oh, hi. So sieht es besichtig aus. Aber scheint es nicht zu sein, an so einem Grund? Ob ich hier wirklich nichts mehr zu tun habe. Ja, okay. Ich habe jetzt hier noch eine Maske. Aus Samt. Könnte einem Theaterstück verwendet worden sein. Oder in einem Horrorfilm. Horrorfilm? Ich glaube, wir sind hier gerade in einem Horrorfilm, Kumpel. Ja, das scheint wir aus zu sein. Okay. Gehen wir zurück zum Gang und gehen uns healen. Äh, Speichern. Ich habe hier schon geheilt. Äh. Gerade aus? Nein. Ich muss da lang, wo der ist. Das ist halt kacke. Aber ich muss hier lang. Ich würde die gerne festkleben, alle. Diese zwei Kleber, die ich verloren habe, die ärgern mich bis heute. Die ist immer noch Sack in der Tür. Geil. Äh, ja, hier kommen wir jetzt hoch. Perfekt. So lang gedauert. So, rein da. Warum auch immer die Map sagt, hier ist immer offen. Das ist eine Lüge, ist falsch. Müssen wir mal fixen. Unsere Freunde haben viele Gefühle. Juniper hat einen guten Tag. Norman hat einen schlechten Tag. Liniana hat eine große Maus gefunden. George wurde im Straßenverkehr aufgehalten. What? Oh, hier kommen die Masken hin, oder? Wie die gerade drauf sind. Hä? Okay. Äh, Norman hat einen schlechten Tag. George wurde aufgehalten. Ich mache mal Norman mit der Maske. Zack. Er hat einen bösen Tag, einen schlechten Tag. Gucke ich auch so. Grr. Zwei Masken haben wir noch, die müssen wir mitnehmen. Und ansonsten fehlt uns noch eine. Hier sind zwei Türen. Map. Decker Map. Okay, hier geht's weiter. Ich will aber erstmal hier lang gehen. Kurz abchecken. Das ist doch niemand böses hier ist. So, wir haben hier, äh, Moni. Unsere epische Waffe. Was? Mittendrin einfach? What? Das führt uns nach oben. Wow. Zum Dach. Oder zum Dachboden zumindest. Aha. Perfekt. Hier sind ja die Masken. Ja, geil. Nehmen wir direkt mit. Wenn wir Platz hätten. Habe ich keinen Platz mehr? Kann ich mich irgendwie schaffen? Oh Gott. Oh Mann. Komm, das geht doch bestimmt irgendwie. Irgendwie. So. Da. Nehmen wir mit. Wir haben jetzt zwei weitere Masken. Äh, nehmen wir mit. Ne, nehmen sie nicht mit. Verstecken. Verstecken. Ne, noch speichern wir nicht. Ich gehe jetzt mal zurück und bringe die Masken weg. Dann haben wir das schon mal hinter uns. Ich weiß aber nicht. Ich hoffe, wir haben nichts verpasst. Aber, warte, was haben wir denn für Masken überhaupt? Wir haben eine glückliche und eine erschreckende. Ähm, Junipa hat einen guten Tag. Junipa. Ach, ich weiß nicht, wer ihr seid. Steht das bei euch? Junbuck. Liliana. Okay, Junbuck ist wohl Junipa. Ich habe es einen glücklichen Tag. Du bist glücklich. Wer wird aufgehalten? Also eine große Maus gefunden. Straßenverkehr aufgehalten. Ich glaube, du hast den großen Maus gefunden. Und er ist dann so, hm, wahrscheinlich so enttäuscht. Könnte ich mir vorstellen, was das noch gibt. Okay. Gehen wir hier lang. Actually. Den haben wir noch gar nicht. Stimmt, das ist ja der letzte Schlüssel. Okay. Der letzte Schlüssel ist das Dreieck. Und den haben wir noch nicht. Okay. Frag mich, ob ich in manchen Bereichen was verpasst habe. Weil wir sind jetzt schon im dritten Bereich. Oh, what? Come on. Ernsthaft? Das ist ein Rückweg hierhin? Ah, mies. Okay. Ähm. Ja, komm, speichere ich euch doch ab. Komm, warum verschwenderisch sein? Ich habe fast 10 Münzen. Komm, machen wir einfach. Das ist heilen. Das ist speichern. Perfekt. Nice. Können wir machen. Ist okay. Akzeptiere ich. Ich akzeptiere die Euler. Jo, wir sehen uns dann unten wieder. Wie habe ich das übersehen? Mittendrin liegt ja einfach was rum. Ja, jetzt ist es auch grün. Keine Ahnung. Macht das. Yay, animing. Jubee. Im Studio, da gab es doch bestimmt noch etwas zum Einsammeln, oder? Gibt es hier eigentlich noch was? In dem Gang, wo wir rot sind? Ne. Wir haben alles gut. Wollen wir mal nachschauen. Perfekt. Äh, ja, hier müsste es noch was geben. Ne, das nicht. Das hier. Yes. Die letzte Maske, die traurige. Okay, ich hatte recht. Ich hatte recht. Perfekt. Dann können wir direkt nochmal zurückgehen. Und haben alles. Hier ist eine Münze. Ne, nicht. Eine Münze zum Abspeichern. Oder zum Heilen. Was auch immer man machen möchte damit. Residives Spiel hat man ja damit. Es ist ein bisschen in den späteren Spielen. Hat man sich damit mit den Münzen so... Ähm... Hier ist noch was. Hat man sich so Items holen können, so Käfigen. Das war ich ganz cool. War so interessant. Man hat Bonus-Items für die guten Spieler. Was ist so funny? Was? Wir sind im Alphabet? Was ist das Alphabet? Oh, was ist das? Da sind wir wieder. So, letzte Maske drauf. Vielleicht die beiden andersrum. Könnte sein. Oder auch nicht. Äh... Juniper hatte einen guten Tag. Du... Du... Hast einen guten Tag. Norman hatte einen schlechten Tag. Verlade mal. Ich hab ne Idee. Vielleicht möchte Norman nicht die böse Maske, sondern die enttäuschte. Äh... Schlechter Tag. Und er wurde aufgehalten. Grrrr. Ja, Tatsache. Okay. Hey! Eine Miniaturfigur von WoWokka drin sind. Oder wo wir vorhin waren. Jetzt sind wir, glaube ich, hier nicht mehr drin. Zieh mal dran. Würfel. Ganz viele. Okay. Nehmen wir jetzt alle mit, oder was? Was? Ein Stapel Würfel. Würfel. Sie sind vom Firmengebrauch abgenutzt. Oh. Das wäre so ein Gegenstand, den man eigentlich benutzen würde, um zu spielen. Wir haben doch schon dieses Spiel gemacht. Oder gibt es da noch ein anderes Spiel? Gab es irgendwo ein Spiel mit Würfeln? Boah, doch irgendwo Würfel? Irgendwelche Klötze? Nicht, dass ich wüsste. Oh, hier ist noch was. An Munition. Ich habe schon gefragt, warum das hier nicht grün ist. Okay. Hab da wohl Munition übersehen. Das ist gut. Jetzt habe ich wieder Munition. Ein bisschen. Ist der Dude hier? Das hier, oder? Bro. Okay. Ich kann ihn ignorieren. Das war eine große Explosion. Warum blutet jetzt hier? Tschüss. Ich habe nichts zum Fesseln. Da können wir jetzt rein. Da hinten nicht. Das haben wir noch nicht den Schüssel. Aber hier können wir rein. Hier geht es weiter. Zumindest könnte es hier weitergehen. Ah, hier sind wir. Im Studio. Aber auf der anderen Seite. Woher wir nicht durch konnten. Kriegen wir jetzt den Schlüssel? Das wäre krass. Ich glaube es nicht. Das wäre schon echt krass. Verscheckst du was hier drüben? Der wird auf jeden Fall jetzt aggressiv. Habe ich andere gehört? Ja, hat er. Stopp doch! Ich treffe ihn gar nicht, oder? Hallo! Das war viel zu viel Muni. Junge, Junge, Junge. Das war nicht einfach hier in dem Spiel. Wirklich nicht. Ich muss jetzt alles einsammeln, weil sonst habe ich später das Problem. Ne? Okay. Abkürzung geschaffen. Schön. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Hier muss doch noch was sein, oder? Ja, hier ist doch noch was. Junge, ich gucke mich um. Wir sind hier irgendwo in den Röhnen was versteckt. Hier steht ein freaking riesiger Kühlschrank und ich check ihn nicht. Oh, Mann. Ein Snack? Ey, das war's. Ach, hier gibt es noch einen anderen Raum, wo man rein kann. Der hier? Ja. Ne, den meinte ich gar nicht. Aber hier können wir auch rein. Ich gebe zwei Räume, wo wir rein können. Okay. Alles klar. Ich gucke mich natürlich erst mal ein bisschen um. Oh, Tape! Let's go! Können wir was mitnehmen hier? Ne, nix. Schade. Oh. Diese sind die Hydrauliken aus dem Elevator. Und wo ist der Flüssigkeitstank? Okay, wir brauchen einen Flüssigkeitstank, damit wir den hier reintun. Ne, Flüssigkeitstank reintun und dann kann der Elevator wieder funktionieren. Dann kommen wir hier raus. Das ist also unsere Hauptmission jetzt. Flüssigkeitstank finden, um hier rauszukommen. Verstehe. Darf auch dieses große X. Da wollen wir hin. Wo muss ich lang? Geradeaus? Ja. Aber da kommt, da... Hä, da war ich doch. What? Warte, gibt's doch irgendwo einen Ort, wo wir noch nicht waren? Ich meine, nicht gerade. Hier in dem Bereich nicht. In anderen Bereichen gibt's auf jeden Fall noch was. Ich glaube, ich geh nochmal in den Hauptraum und fahre mit dem Fahrstuhl wieder weg. Vielleicht haben wir in den anderen Gebieten noch was vergessen. was uns hier helfen wird. Wieso greift ihr mich direkt an? Wieso kann ich nicht einmal angreifen? Bitte komm ich nah. Okay. Ich tap die direkt. Dir nervt. Okay. Dann ist halt nur noch da hinten eine, von der ich immer wegrennen kann. Und dann der große Dude. Ich komm mich hier ein bisschen um. Mal schauen. Weil was finde. Schaut mal da. Direkt am Anfang. Hier ist eine Tür, wo wir jetzt rein können. Hier können wir jetzt sehr viel umschauen. Das mag ich, das Backtracking hier. Nicht, dass es so ist, dass man hier nicht mehr lang muss. Aber man muss hier wieder lang. Das finde ich cool. Please stop writing on the stalls walls. Ja, er hat wohl geschrieben, ne? Durfte er nicht. Haben Sie doch gesagt, Kumpel. Hä? Das ist nichts. Was? Wollt ich einen Pümpel oder was? Also, wir können es damit versuchen. Hände waschen wir ganz gut. Oh. Komm, mitnehmen. Bisschen Muni. Die habe ich nötig. Ganz dringend. Wer ist hier nicht? Hier steht's? Was? Wie geht's weiter? Wait what? Wo fühlt mich das denn hin? Oder kamen wir von hier? Okay, ne. Von hier kamen wir. Wir konnten nach rechts. Wir sind nach links gegangen. Direkt. Hier gibt's noch was. Oh Gott, es ist dunkel. Ich habe keine Flashlight. Das ist gruselig. Oh no. Pumpenteil? What? Ein Pumpenteil? Hier gibt's noch was. Okay. Untersuchen. Ein Metallteil für einen Krug oder Kessel. Wo gab's einen Krug oder Kessel? The hell? Was macht der Snack eigentlich? Der macht mich schneller? Der macht mich schneller, der Snack. Der heilt mich. Nope. Interesting. Aber leider brauchen wir das nicht. Das habe ich jetzt verschwendet. Sorry. Habe ich nicht gecheckt. Oh, hier ist noch was. Oh. Immer noch nix. Immer noch nix, Gruppel. Hä? Warte. Wir haben doch jetzt so ein Steckerteil für Pömpel. Ne? Ne. Dann schaue ich mich halt weiter um. Hä? Ich dachte mir schon, hier ist ja noch irgendwas. Seht ihr, jetzt ist es hier grün. Hier war ein Film die ganze Zeit. Okay. Aber damit haben wir immer noch nicht alle. Reicht das trotzdem? Ich probier's mal aus. Oh. Jetzt haben wir auch alles, ne? Ja, es ist ja auch grün. Perfekt. Hier war noch was zu healen. Was ich extrem benutzen könnte. Oh, mein Inventar. Oh, Gott. Das schneide ich euch. Ich hab mich grad bei den Türen vertan. Jedenfalls sind wir jetzt wieder hier. Und ich hab das die Kompel übersehen. Man kann hier auf den Dingern drücken und dann die Filme abspielen, die wir gesammelt haben. Oh. Drei funktioniert? Der hier, den wir da eingetan haben? Oh. Magst du den Film? Ist doch cool aus, oder, Kumpel? Nein? Wie mochte er ja nicht. Hat ihn zumindest wenig interessiert. Vielleicht muss er alle sehen. Ich muss ja alle einmal anmacht haben. Hier können wir eins reinlegen. Wo ist das? Zwei. Doch, es geht. Okay, kommt nochmal. Ja, Schöne und das Bies. Nein, die Schöne ist hohe. Die Musik. Ist die Musik nicht Copyright geschätzt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber das ist lustig. Na, mach dich das traurig? Machst du irgendwas? Weißt du jetzt einfach das Stehen für immer? She? Okay, Leute. Ich schätze, das lassen wir mal so stehen. Dann schaue ich in der nächsten Folge mal, wie wir hier weitermachen. Ja, ihr könnt den Film genießen. Aber weit nicht so wie sie. Geil. Ja, ihr könnt den Film genießen. Ja, ihr könnt den Film genießen. Ja, ihr könnt den Film genießen.